Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zum Eißen für Leute Und zwar, wir sind wieder bei dem Adventskalender 2018 Und Leute, heute ist der 6. Ähm, 6.12.2018 Das bedeutet Leute, am 6. ist Nikolaustag Und heute müssen wir das 6. Türchen öffnen Ich bin wirklich gespannt, was unter das 6. Türchen ist Wir haben in der letzten Zeit wirklich 1 bis 5 geöffnet und so Ist ja auch schon alles auf und so Und heute werden wir das 6. Türchen öffnen Und ich würde sagen Leute, wir werden es gleich wieder öffnen In 3, in 2, in 1 und in Go Und Leute, wir haben das Türchen jetzt geöffnet Und es steht da Ähm, Geld verteilen, 100$ Quivergames.net Leute Alles klar, das bedeutet Leute Wir werden heute auf Quivergames.net gehen Und werden heute 100$ an den Leuten verteilen Richtig cool Leute Heute ist der Nikolaustag Beziehungsweise, was ich dazu sagen muss ist Das Video nehme ich heute noch am 5. auf Weil ich am 6. eben das schon hochladen muss Sozusagen, ihr wisst was ich meine und so Darum muss ich die Leute einfach so dran erinnern Morgen ist Nikolaus und so Etc, die auch Bescheid wissen, warum sie 100$ bekommen haben Und ich bin wirklich gespannt auf die Reaktion von den Leuten Und wir sehen uns auf jeden Fall gleich in Minecraft wieder Und wir sagen bis gleich So Leute, wir sind auf jeden Fall jetzt in Minecraft Ich würde auf jeden Fall sofort auf mehr Spieler zu klicken Und wir werden sofort auf Quivergames.net joinen Leute Und ich werde einfach heute mal den Leuten Einfach so, die im Chat gerade aktiv sind Werde ich einfach so mal 100$ einfach mal schenken Und so Werde natürlich auch sofort drunter schreiben So, es ist ein kleines Geschenk ist Ähm, weil er morgen der 6. ist und so Ich denke mir mal, es ist echt ein geiles Video Heute das einfach mal so zu machen Weil es ist das wie gesagt Morgen Nikolaus und was mir gerade so aufhört Leute Ich habe jetzt so eine rote Nase Habe ich genau von Labelmat bekommen Leute Weil ich, da gibt es jetzt gerade bei jedem Kauf Jetzt Dezember Gibt es da jetzt so ein, ähm, Weihnachts, ähm Dingsdabumsda dazu Hier, wisst ihr was ich meine Weil ich habe mir neue Tänze heute gekauft Leute Neue Tänze sozusagen gab es heute im Chat Leute Und zwar, ich habe mir einmal den Tanz heute gekauft Der ist meiner Meinung nach richtig cool heute Der Tanz Danach Leute, habe ich mir auf jeden Fall die Brücke heute mal gekauft Die Brücke ist heute auch richtig cool Das sind neue Tänze Und natürlich der, ähm, Fortnite Tanz Leute Ich habe mir den Fortnite Tanz auch mal gegönnt Richtig cooler Tanz Und ja Ich würde sagen Ich gehe erstmal zu meinen GS Leute Bei einem Spawn leckt es einfach ein bisschen Und ich würde sagen Ich war da einfach mal ganz kurz mal im Chat Leute Wer jetzt so ein bisschen aktiv ist Und ja Ich würde sagen Leute Hier Bremer Bremer würde ich sagen Wir geben den einfach mal so 100 Dollar Und zwar Schlecht Pay Gebe ich einfach mal ein Und dann einfach seinen Namen Ähm Bremer Und dann werde ich 100 Dollar einfach eingeben Und Enter Leute Mal schauen was er dazu jetzt schreiben tut Ich gehe mal ganz kurz auch mal zu seinen GS Leute Und zwar Schlecht BH Ähm Bremer Enter Mal schauen was er von GS Hat Okay Leute Er gibt mir einfach die 100 Dollar zurück Was ist das denn für ein Ehrenmann Leute Ich gebe natürlich so weit die 100 Dollar wieder zurück Weil Leute Ich möchte natürlich dass er die 100 Euro behält Und wenn er die jetzt wieder zurück gibt Warte mal hat er mir Hat er Achso ne ich dachte schon der hat sie mir wieder zurückgegeben Und ich werde ihn einfach mal anschreiben Und zwar Bremer Ähm Das ist sozusagen Ein kleines Geschenk Nikolaus Geschenk ist das einfach mal Ist eine kleine Überraschung Ähm Ich weiß 100 Dollar ist natürlich nichts wert Aber ich möchte natürlich mehrere Leuten das geben Deswegen einfach auf 100 Dollar gesetzt Das Limit Und ich würde sagen Wir werden einfach weitermachen Und zwar Alex Hier Den Alex werden wir einfach auch mal Ähm So weit mal Geld schenken Und zwar Alex Ähm Genau hier 100 Dollar Und werden Und der eine hat so weit auch geschrieben So Ähm Lieb aber nein danke Okay Alles klar Ähm Ich habe den jetzt den einen Den lieben Alex auch jetzt mal 100 Euro einfach mal geschenkt Und werden aber so weit mal Ähm Auch anschreiben So dass ein kleines Nikolaus Geschenk ist Und zwar Ähm Wie heißt der Alex Und zwar Enter So Ähm Das läuft natürlich richtig cool Was jetzt gerade abläuft Leute Und ich würde sagen Wir werden einfach weitermachen Ich möchte einfach heute mal so viel Dollar Ähm Mal verlosen Ähm Nicht verlosen Äh Verschenken So gut wie es geht Ähm Steinheit Den Ähm Der Name gefällt mir richtig gut Steinheit Der bekommt natürlich heute auch Ähm 100 Dollar Richtig cool Enter Und Ja Der hat sogar Quiefer Richtig cool Ich werde natürlich sofort mal mit MSG anschreiben Leute Und werden Ähm Ihnen sofort auch sagen So Ähm Weshalb Warum er das Geld bekommen hat Morgen ist Nikolaus Aber die erste Person fand ich wirklich schon krass Er hat einfach so die 100 Dollar zurückgegeben Finde ich richtig cool Leute Richtig ehrenmann Schreibt einfach mal Hashtag ehrenmann Für die nette Person Einfach mal rein Und ich würde sagen Wieder schlecht Pay Und ähm Kotz Warte mal Ähm Kotz Kotzli Genau Kotzli Leute Den geben wir natürlich auch ein bisschen Geld Und zwar Kotzli Wo bist du Äh Ich bin gerade den Namen Nicht Leute Eine Sekunde Da schreibt mir einfach mal den Namen Und zwar Ähm Kotz Kann man drauf Ah jetzt genau So 100 Euro Ähm Steinheit Der schreibt einfach so Ähm Hä Und Bremer Gibt einfach die 100 Dollar zurück Hä Okay Alles klar Ich gebe einfach Kotzli Einfach auch mal 100 Dollar Finde ich auf jeden Fall richtig nice Was die Person hier gerade macht Ähm Bremer Finde ich richtig cool von dir Ähm Ich schreibe natürlich Ähm Kotzli auch mal zurück Ähm Kotzli sage ich schon Ähm Kotzli Oder Kotzli Keine Ahnung wie das geschrieben wird So Ähm Finde ich auf jeden Fall richtig nice von Bremer Ähm Ich schreibe den einfach mal ganz kurz mal Und zwar Ähm MSG Ähm Bremer Ähm Warum denn Nicht Fragezeichen Ähm Ich verstehe das nicht Leute Weil morgen ist doch Nikolaus Wird der nix haben oder was Ähm Morgen Ist Doch Ähm Nikolaus So Ähm Der eine schreibt auch schon Ähm Danke zurück Okay Leute Werden wir jetzt sofort Ähm Warte mal Er schreibt gerade Weil weiß Auch nicht Okay Naja Leute Okay Da lassen wir ihn einfach mal so Ähm Und zwar Ich würde sagen MQ XXS Würde ich sagen Leute Den fern wir auf jeden Fall auch schon mal Und zwar Jetzt geht das ganz schnell weg Und zwar MQ Ähm Ist er das Genau Hier haben wir auf jeden Fall schon mal 100 Dollar auf jeden Fall Leute Hier hast du 100 Dollar Ist ein Titanrang Leute Und ich werde ihn so weit auch mal anschreiben Und zwar MQ XX Ähm Dein Nikolaus Geschenk sozusagen Und ja So Ich würde sagen Wieder schlecht pay Das geht heute richtig schnell Leute Wenn ich mehrere Mehrere Videos mal sowas machen soll Vielleicht Weihnachten oder so Wieder sowas machen soll Ähm Leute Schreibt auf jeden Fall das gerne mal in die Kommentare Würde mich mal wirklich interessieren Und Ich würde sagen Leute Wir werden einfach mal hier Pro Gamer Den kenne ich sogar irgendwie Leute Der Name sagt mir was Pro Gamer Dir Dir werden wir auf jeden Fall auch mal einfach mal so Geld schenken Und zwar 100 Dollar So 100 Dollar Oh Jetzt habe ich den über MSG geschrieben Ups Salat Das wollte ich eigentlich gerade Gar nicht Das war gerade ein Fehler Scheiße Natürlich müsste ich schlecht pay Er hat auch zurückgeschrieben So So natürlich 100 Dollar Und natürlich bei MSG Muss natürlich das hier hin So Ähm Das war gerade ein Fehler Aber naja Leute So Ähm Danach hier B ist Keine Ahnung wie das ausgesprochen wird Ähm B Keine Ahnung Leute Wie der ausgesprochen wird Und zwar B S Ähm Genau hier haben wir auf jeden Fall schon mal Und zwar der genau so 100 Dollar So Er schreibt euch mal auch schon mal Cool Danke zurück Äh Pro Gamer Der Name sagt mir und mir auch sogar was Ich weiß aber nicht mehr Woher Ich weiß auch irgendwie noch was mit Livestream Irgendwas hat mit Livestream zu tun Apropole Leute Livestream Tut auf jeden Fall wirklich mal die Glocke anzumachen Ich bin wirklich jetzt regelmäßig auf YouTube Jetzt live Also tut auf jeden Fall immer mal vorbeischauen auf meinen Kanal Ähm wäre richtig nett von euch Wenn ihr auf jeden Fall mal auf meinen Kanal vorbeischaut Leute Ähm So auf jeden Fall jetzt regelmäßig live gehen Weil ihr wisst ja Leute es kommen jetzt jeden Tag 1 bis 24 Videos jetzt Ähm kein Quiver Games und so außer heute heute ist eine Ausnahme Vermute ich mal Leute ähm dass nur heute irgendwie war games Videos kommt Ich weiß ja nicht was ich in den Kalender noch eingetragen habe Leute das ja vor paar Wochen Gewesen und so Also tut auf jeden Fall gerne mal die Glocke anzumachen Dann tut da keine Leistung so so verpassen Ich werde einfach regelmäßig jetzt am Tag mal so live gehen und so später am Nachmittag und so Und ja Tut auf jeden Fall dann mal einschalten und so Und ja Ähm ich will sagen Leute wir werden einfach nochmal ganz kurz nochmal paar Leute oder so mal 100 Euro geben Ähm ich finde es echt eine richtig coole Sache Leute Und zwar hier ähm Hier haben wir nochmal so einen supermen Typ Den der werden wir auf jeden Fall auch mal 100 Euro einfach mal so pellen Leute So 100 Euro hast du so Und wer den so weit jetzt mal äh auch schreiben ist Nikolaus Geschenk ist So und ich bin wirklich Leute ich muss euch ehrlich sagen Manche Leute schreiben danke zurück Manche Leute schreiben gar nichts zurück Ich finde das wirklich einfach noch richtig cool Schreibt einfach mal wirklich mal Ehre für die Leute rein Die auch äh sich bedanken und so Auch wenn es nur 100 Euro sind Leute Ihr wisst ja Ihr seht es gerade Leute Ich muss gerade so viele Leute 100 Dollar gerade geben Und deswegen auch nur 100 Dollar Leute Ähm kennt man sich Äh Nein Also dein Name sagt mir gerade nichts Ich schreib den einfach mal Äh Nein So Ähm So Danach Leute würde ich auf jeden Fall sagen Wir tun auf jeden Fall noch den letzten jetzt nochmal 100 Dollar geben Und zwar Ähm Der Warte mal haben wir den nicht schon Ne den haben wir noch nicht Genau 100 Dollar So Und danach würde ich sagen Wir ja wieder hier uns den Text einfügen Und dann schlägt MSG Leute So Das war es auf jeden Fall würde ich sagen Leute Ähm Ich denke mir mal Ich hab heute ein bisschen Geld rausgepfeffert Natürlich ist es natürlich jetzt nicht sehr viel Ich könnte ja nachher mal einblenden Das im Video Leute Wie viel Geld das heute insgesamt war Ähm Ich hab jetzt nicht mitgezählt Aber kann ich nachher mal einen Schnitt mal einmachen und so Ähm Ich werde das Video natürlich ohne Schnitt und so hochladen So gut wie es möglich ist Leute Weil ich hab mir einfach so gesagt so Ich kann in den Weihnacht Ich tun in den Weihnachts Videos so gut wie möglich schneiden und so Und ja Weil das kommt einfach besser rüber und so Kommt ein bisschen entspannter rüber und so Und ja Also Leute Tut auf jeden Fall auch mal wirklich mal bitte Lass uns mal einschalten Wäre richtig cool Später Nachmittag Leute Es kann sein Heute sogar ein Livestream passiert Leute Ähm Kann möglich sein Leute Am 6. sozusagen Jetzt vielleicht später oder so Das Video kommt ja heute sozusagen am Äh Also für euch sozusagen morgen Ähm Am 6. raus so Äh 16 Uhr kommt das da raus Und ich werde dann vielleicht schon später nachher Vielleicht live gehen oder so Schaut auf jeden Fall mal da ein und so Ähm Und tut auf jeden Fall auch mich abonnieren auf YouTube Um nichts mehr zu verpassen Dann tut nochmal Anbieter drehen Und wenn ihr jede Information sofort erhalten wollt Oder so Tut auf jeden Fall unbedingt wirklich mal Ähm Auf Instagram mal gehen Leute Ähm Da heiße ich PhilippsMX7 Link dazu in der Videobeschreibung Tut auf jeden Fall da immer mal in den Stories vorbeischauen Und Jetzt wollen wir es sagen Leute Habt einen schönen Tag noch Bleibt cool Und Ciao Um ge